Hallo ihr Chaoten, willkommen zu einem neuen Video. Abgesehen von meinem Look gibt es noch was anderes Neues auf meinem Kanal, wie es aus dem Videotitel schon entnehmen könnt, Jen Goes Booktube. Falls ihr es noch nicht wisst, aber eine meiner größten Leidenschaften ist eigentlich das Lesen. Ich bin in der 5. Klasse ungefähr zum Lesen gekommen und seitdem bin ich nie wieder davon weggekommen. Ich habe dementsprechend viele Bücher zu Hause, wo ich einen Großteil auch schon gelesen habe. Und im Zuge dessen hat mich die Luna dann so ein bisschen geschubst, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Sie macht ja selbst auch Booktube und hat dann gemeint, hey, wie sieht es aus, wäre das eigentlich nicht auch was für dich? Und dann habe ich da so drüber nachgedacht und dachte dann irgendwann so, hey, wieso nicht, wieso versuchen wir das nicht einfach? Und dann habe ich Books of Chaos ersehnen. Das soll jetzt das Format auf meinem Kanal sein, wo es dann ausschließlich um Bücher gehen wird. Und ich wollte jetzt einfach nur eine kurze Info für euch da lassen. Es wird in der nächsten Zeit von gewissen Büchern dann Rezensionen geben. Dann wird es Lesemonate und Lesestatistiken geben. Was habe ich gelesen? Wie viele habe ich gelesen? Wann habe ich gelesen? Wie gut fand ich die Bücher? Oder auch schlecht? Und so weiter. Das wird es dann auf jeden Fall geben. Dann eine Substatistik. Die Statistik zum Stapel ungelesener Bücher, den irgendwie so jeder Booktuber vorweisen kann. Dann natürlich, wie groß ist der? Wie ist er runtergegangen? Oder wie ist er hochgegangen? Und zwar, wenn es da Neuzugänge gibt, dann werde ich nämlich auch meine Neuzugänge für euch dokumentieren, was ich so Neues mir besorgt habe, was in meinen Regalen einziehen durfte. Ich werde demnächst auch noch eine Regaltour dann für euch machen, dass ihr so einen Überblick davon bekommt, was ich so alles lese. Grob gesagt, ich lese hauptsächlich Fantasy, High Fantasy und auf der anderen Seite Psychothriller. Luna meinte da irgendwann mal so, das Leben ist dir einfach nicht spannend genug. Wo sie vielleicht sogar ein bisschen Recht damit hat. Jedenfalls wird es in dem Bereich dann Videos geben. Und dann hoffe ich auf jeden Fall, dass ihr da Spaß dran habt und weiterhin auf meinem Kanal mit dabei sein werdet. Und meine Entwicklung verfolgen könnt. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Ihr findet den Link zu Lunas Kanal unten in der Beschreibung. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal bei Luna vorbeischaut und eventuell sogar ein paar Likes und ein paar Abos bei ihr da lasst. Und das war es jetzt auch schon wieder mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Für diejenigen unter euch, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das noch tut. Ihr könnt mir auf den Social Media Seiten Facebook, Instagram und Twitter folgen. Die Links dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Falls es irgendwas gibt, was ihr loswerden wollt, könnt ihr das Ganze in der Kommentarbox tun oder ihr schickt mir eine E-Mail, ganz wie ihr möchtet. Und das war es jetzt auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Video. Bye, bye. Eure Jen Kheos. Eure Jen Kheos.